Du solltest früher schlafen gehen. Ich bin müde. Ich bin müde. Du solltest früher schlafen gehen. Ja. Er hat Angst vor der Prüfung. Du solltest mehr lernen. Du solltest mehr Sport treiben. Ich denke, das ist richtig. Dann weißt du dich, Vorschlag, du könntest ins Kino gehen. Wollt ihr essen gehen? Wir könnten zum Chinese essen gehen. Könnte. Ja. Ich habe das gesehen. Er könnte wenigstens... Ihr seht im Dunkeln fern. Ihr solltet eine Lampe anmachen. Richtig, ja. Sehr gut. Wir fahren immer mit dem Auto. Ihr solltet öfter mit dem Rad fahren. Richtig, ja. Dein Sohn lernt stundenlang am Streichschreibtisch, er könnte öfter aufstehen. Was, Luca, was würdest du tun, wenn du einen Wunsch frei hättest? Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann jetzt würde ich zum Japan fliegen. Wenn ich am Meer wohnen würde, würde ich jeden Tag surfen. Wow, super. Interessant. Wenn ich ein Mädchen wäre... Möchte ich ein Junge bleiben? Richtig. Wenn ich perfekt Deutsch könnte, wenn ich unsterblich wäre. Wurde ich traurig, weil... Du siehst, alle die Personen, die du kennst, dann sterben, aber du stehst hier. Wenn ich der Präsident meines Landes wäre, weil ich mich mit der Politik nicht gut auskenne. Ja. Wenn ich ein Vogel wäre... Oh, das soll toll sein. Sollte. Stopp. Das sollte. Warum? Du könntest, woher du willst, fliegen. Ja, ja. Du bist frei. Richtig. Richtig.